Willkommen zu unserem Test des JMGO N1S Ultra 4K Projektors. In diesem Video werfen wir einen detaillierten Blick auf die beeindruckenden Funktionen dieses Beamers, der speziell für Heimkino-Enthusiasten entwickelt wurde. Mit 3000 ANSI Lumen und einer Triple Laser Technologie verspricht der N1S lebendige Farben und außergewöhnliche Bildqualität. Egal ob ihr Filme schaut oder Spiele spielt, dieses Gerät könnte eure Erwartungen übertreffen. Ein weiteres Highlight ist die Gimbal-Echtzeit-Bildkorrektur. Dies ermöglicht es dem Projektor, das Bild dynamisch anzupassen, was besonders in unkonventionellen Aufstellpositionen von Vorteil ist. Somit wird die Installation zum Kinderspiel. Zudem unterstützt der N1S auch HDR10, was für ein noch besseres Kontrastverhältnis sorgt. Zuschauer können sich auf ein atemberaubendes visuelles Erlebnis freuen. Die integrierten 20-Wart-Dual-Lautsprecher mit DTS-HD und DD Plus bieten ebenfalls einen beeindruckenden Klang. So wird das Heimkino-Erlebnis nicht nur visuell, sondern auch akustisch bereichern. Egal ob ihr Actionfilme oder romantische Komödien schaut, der Sound wird euch fesseln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der GIM-Geo N1S Ultra 4K Projektor eine ausgezeichnete Wahl für alle ist, die ein hochwertiges Heimkinosystem suchen. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und der benutzerfreundlichen Handhabung setzt dieser Beamer neue Maßstäbe. Beamer